Hey ihr verrückte Leute, VG hier. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Let's play Minecraft zusammen mit David und Tim. Natürlich keine Werbung. Genau, kein Product-Player ist mir an der Stelle. Okay, wir sind dabei die Farm zu bauen. Ich sammle David. Ich hoffe nur mal Dinger rum. Hast du Pfeile zufällig, David? Nö. Sollen wir jetzt theoretisch schon die ganzen Pferde umhernten, David? Wollen wir nicht erst um die dispensa? Ich dachte, du wolltest wapdap. Wapdap, wapdap. Wapdap, wapdap Sing! Wapdap wapdap sing! Wie ist das denn jetzt immer? Wapdap, wapdap Badadadadada Das war ja mein Lieblingssong beim Presswünnchen. Hab ich als einzige Song auf meinem Handy eingezahlt. Lieblingssong 2017 EU West, ne? Ja, EU Nord, tatsächlich. So, in der Ferne! Also, ich versuche jetzt... Oh nein, ich habe mich gegen die Mauer geworfen. Wir haben schon die Hälfte an Eisenbahren, die wir brauchen. Nice! Wie viel denn? Hast du denn jetzt ausgerechnet genau, wie viel wir brauchen? 104. Und wir brauchen noch Hopper, ne? Ja, hast du nicht mitgerechnet! Wieso macht ihr nicht noch... Hast du die Hopper mitgerichtet jetzt? So viele... 204! Nein, also ungefähr, weil wir haben jetzt zwar weniger Dispenser, aber die Hopper müssen wir jetzt trotzdem dazu rechnen. Also 16 Eimer kann ich dir auch noch geben. Okay. Was hast du gesagt, Tim? Ich wollte dir nicht zuhören. Äh, alles. Ich wollte dir nicht zuhören. Alles. Können wir auch wegtun. Die Profession können wir wegtun. Stimmt, so, ähm... Äh, Julian, willst du mal erzählen, wie viel wir jetzt brauchen? Wie viel wir was brauchen? Äh... Dispenser. Wie genau, wenn wir brauchen? Ich muss jetzt erstmal ganz kurz wissen... Fehle einfach eine Seite, wie viel... Wie viel... Felder. Ey. Ey, Julian. Julian. Ja, was ist? Ey. Was? Okay. Ähm... Ne, haben wir nicht einfach... Ne. Haben wir nicht einfach mehr. Wir haben 84 Blöcke. Alle 8 Blöcke haben wir so. Das heißt, wir haben so um die... Ah, so Pi mal Daumen... 9? Grölf. 8? 8. Wahrscheinlich eher 8 zu Wasser drin, oder? Oder haben wir 10? Ich weiß es nicht leider, meine Damen und Herren. Ähm... Verstehen Sie? Ich weiß es leider nicht genau. Was war da denn los? Okay. Wir... Sagen wir... Mit 8. Brauchen wir... 76 x 2. Nein. 41... 152. Hoppa. Äh... Nein. 152. Dispenser. Hm. Äh... Wir brauchen erstmal ganz viele Bögen. 152... Ja. Mal 3. Wollen wir ein Fan. Ey. Weißt du was? Wir hatten... Haben letztens... So vor den Ferien... Machen wir ja nicht mehr Unterrichten... Haben wir so ein Spiel mit unserem Lehrer gespielt. 156, Alter. Musste ja wieder... Er riechen... Wer auf welchem Spiel saß. Weißt du was wir gespielt haben? Was denn? Black Stories. Oh nice one. Ja. Man hat mich so richtig... Äh... So geerinnert. So... Das war echt lustig. Oh das war echt lustig. Haben wir dann eine Geschichte genommen, die ich halt schon kannte. Ich hab dann extra nicht mitgespielt. Oh... Warum nicht? Und das war die mit dem... Ähm... Haben wir gar nicht... Wo der sich selbst umbringt. Also... Dann im letzten Moment... Äh... Achso mit dem Telefon. Mit dem Telefon. Ja okay. Nimm ich genau... Boah das war... Es war schon cool Black Stories eigentlich. Könnten wir irgendwann mal wieder machen. Und jetzt bei meinem Kopf wenn wir... Gerne. Aber es macht nur Spaß wenn wir... Weit zu dritt... Na... Vielleicht. Es dauert so lange zu dritt. Ja. Hast du die Strings schon rausgenommen? Äh... Nein hab ich nicht. Das ist das Problem. Dann haben wir nicht genug Strings. Eben genau. Aber wir hatten mal neun Stacks oder so. Deswegen frag ich grad wie sind. Bist du sicher, dass das nicht noch bei dieser alten Farm ist? Oder hast du das alles mitgesucht? In der ganz alten Farm bin ich mir sehr sicher, dass ich das schon mehrmals war und dann ist da drin ist. Äh... Das ist eigentlich auch so doof, dass die Farm... Das Problem ist, ich hatte die Farm halt damals gebaut, sie hat ja nie richtig funktioniert. Außer man hat halt immer alle zusammen da gesessen. Das Problem war halt, ich hab ja damals wegen Tech-It-Lights Season 3 hab ich dir gebaut. Weil da hatte da äh... Daniel hattest du ne Farm. Äh... Die hat richtig gut funktioniert, aber da war auch Mods und ich glaub mir... Da muss eigentlich doch kurz gut funktionieren. Du seht aber nur, wenn ganz viele Leute sind. Was denn? Ja die Farm. Im Himmel. Achso. Ja. Ja. Ich glaube... Er hat keine Angst. Bei... Wer hat der irgendwo sogar? In welcher Richtung war das? Ach hier. Hi. Hallo Farm im Himmel. Boah das ist so geil. In Hydra ist man jetzt so schnell da. Mhm. Das ist eigentlich echt geil. Boah ich war äh heute beim Mediamarkt und hab einfach mal so ne geile... Gaming... Gaming äh... Plastatur gesehen. Und hast direkt geholt. Aber... Alter hier ist noch bögen. Ich hab keine 99 Euro im Moment. Alles klar 99 Euro im Moment. Alter ist hier noch viel Gunpowder drin. Alter. Alter. Boah. Ich hab wirklich ein Stacks String drin. Da sind einfach gar keine Strings hier. Alles ist da. Achso. Ne da muss ich sein. Ich hab noch. Rotten Flash und so aber keine Strings. Keine Strings. Ich hab mal wenn ich grad hier bin ein bisschen Gras verteilen. Aber hier sind auch Bögen drin eigentlich. War das jetzt wirklich keine Strings oder war das jetzt Prank? Ach nein da ist wirklich keine Strings drin. Halt's auf. Ey irgendwo hatten wir mega Prank. Glaub mir die sind keine Strings drin. Geh ja Frank. Wir gucken. Ich geh jetzt gucken. Ne die Farm eigentlich noch. Die Farm geht theoretisch ja. Also ich weiß das jetzt eh nicht funktionieren wird weil ihr beide da seid aber. Let's take a look. So jetzt. Vielleicht. Ja jetzt muss Julian noch laufen rein theoretisch aber. Ja bin ich sofort auf dem Weg. Ich bin eh auf dem Weg gerade. Hui hui. I'm flying to the moon. Fly me to the moon. So. Okay. Ich glaub eine Rakete reicht hier aus ne. Weil ich hätte die Flugdauer 3 mitnehmen sollen. Du 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 du. Du 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 Und? rakete ist stufe 2. Oh und Klam und Klam und Klam und Klam und Klam REP. Oh krass. Oh das wird sogar ziemlich knapp. Hui hui. Huiuiui. das ist doch richtig viel gunpowder krass und flash auch das kann man eigentlich mitnehmen und dann trainen du hast sie eine kiste mit kiste mit swings leer geräumt hier waren safe nein habe ich nicht krass aber es war auf die beiden darf ich das ist ja klar aber kann sein dass ich wahrscheinlich schon mal ausgeleert sehr wahrscheinlich sogar aber wir müssen welche gehabt haben ich habe die extra so oft gehabt haben irgendwo müssen wir safe viele haben ich bin sicher also ich habe keine ich gucke mir doch meinen alten dings nach ich habe einen spinnenspawner bei mir in der nähe ja aber ich bin sicher dass wir noch welche hatten da wollte ich nur gesagt haben ja ja nicht hallo hallo hat sich leider nicht an vor allem finde ich dass du nicht mitten auf dieser quasi wasserfläche als wasser gesprungen bist junge ich bin da drauf gefallen ich habe mich gewohnt hat das warum funktioniert jetzt weil manchmal funktioniert das bei mir nicht mit dir leider ernsthaft manchmal funktioniert die bei mir nicht ja glaube ich trotzdem das weißt du so ein schmaler steg vier blöcke überall herum wasser stellen müssen wir mittlerweile egal seitdem ich nötigerweise nach dieser ewig langen zeit gestorben bin ja das stimmt was er denn lennart was los hier ist der an die da um mein gott dieser wasserweg noch da eigentlich ja ja dieser kurze jaja mit zuckerraum meinste oder was mehr ja ja müsste zumindest jetzt oben drüber wasser steht er ist tatsächlich leer hier ist alles leer du wusste ja plünderung und also ich hätte sich ja nehmen es der gierfüster drei und plünderung noch drei heißt ich kann richtig schnell spider webs fahren ja weil es tut sich jetzt nicht hier umzustehen wo können spinnen fäden sein weil wir brauchen so um die 450 stück das sind wie viele die stacks natürlich 450 256 512 ja sind ungefähr 97 stext im sechs trinken ungefähr ob wir jetzt gerade so drei Leute was ist passiert damit die 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 leitung weglegen sind doch da ok sei noch da ja super spannend durch zucker vorzunehmen glaube ich also mega mega spannend dann flash kann man abliefern und die strings wo seid ihr hin man kann aus strings kann man die die spinnen jetzt kann man die aus tricks machen richtig spinnen jetzt kann man die auf strings machen kann man abbauen weil sonst hätte jetzt gesagt dass wir dafür die strings ausgegeben haben aber das geht dann ja nicht wofür können wir den mega fließt gebraucht haben wollen doch mal in der alten monster der ganz alten war ich eben gar nichts werdet ihr aus irgendeinem grund vor eurem wohnkomplex fäden gehabt haben wo wir noch ganz viele strings haben muss im end die wir nicht mehr brauchen sogar das stimmt wir haben auch welche in kisten im end tatsächlich das weiß sogar gerade mal auf irgendwer auszusehen nämlich truhen zugemüchter mit strings aber ja guck mal hier boah ein string ja mehr oder weniger aus versehens aber alle meine sachen liegen auf der treppe ich glaube wir müssen tatsächlich ins end als wenn ich auch irgendwo ein geistesblitz bekommen und wissen da waren ja noch richtig viel strings stimmt ich habe gerade wir haben jetzt jetzt dreieinhalb stets ungefähr das doch mal das doppelte und dann haben wir es ich werde kurz bei euch nachgucken raken kann nicht zünden wenn man einen leitung dabei hat und keine farb oder zu tun hat ok wir können dann auch strings dann wo man strings also ich glaube ich bin die für bowl ausgeben haben oder ja definitiv viele also zufällig für den zirkus welches wohl ausgegeben da haben wir einen schaff haben für also große schaff haben wenn du mal den bunten im keller vom komplex gehst du ja ich erinnere mich schon direkt in der etage ja ich erinnere mich dran ach guck mal nummer 58 fäden immerhin falsche farbe oh alter wer hat den das tor aufgelassen freilaufende schafe das hier so viele schafe in letzter zeit rumrennen und dann haben wir noch unsere pilzkuhfarbe ich bin der kuhraum mit dem mega secret way nein ich bin hängen geblieben das heißt ich komme da nicht mal rein ich bin hängen geblieben kommen wir dann nicht mal rein ok ich drücke auf den knopfen ganz rein ich opfere um mich ich habe mich eingebaut aber ok ok ich drücke auf den knopfen ok ähm ich hätte die auch aufmachen können aber ok ich freue mich wie viel weggelaufen sie machst du bei dir du hast noch drohen irgendwo naja bestimmt muss jetzt alle drohen überprüfen ob jemand die spiel geklaut hat nein ob die irgendwer noch hat auch ich hatte da habe ich eigentlich keine lust zum end zu gehen also ich habe einsteck das ist schon mal gar nicht so schlecht einsteck schon mal sie noch unter den so farben der ist aber drüben im drüben in meinem haus wo genau die dem weg ok komm gleich mal wieder das sieht ja gar nicht so schlecht aus sobald Tim kann schon immer ganz gut bauen und immer der concrete block habe ich auch gerade gefragt warum ist der hier hier oben hier hier war noch einer ich habe noch einen gefunden da oben hier danke habe ich nicht ok gerade eben noch einen gefunden irgendwo deswegen muss ich auch wenn man die restlichen kisten ok war schlecht in der random ja ja eben war da einer genau da war dann tatsächlich drin ok wie viel habe ich jetzt ok ich habe noch zweieinhalb stacks das heißt wir haben jetzt so um die weil dreieinhalb bis zwei sechs sechs schon fehlt noch einer einsteck fäden irgendwo auftreiben können ein stark fäden vielleicht ganz vielleicht befinden sich noch ein paar fäden in der kiste hier direkt vor dem links ja in deinem haus genau irgendwo da in meinem haus ist unwahrscheinlich ich werde jetzt die folge noch nicht benden bevor ich nicht jedoch die restlichen paar sachen abgeklappert habe zum beispiel bei david können vielleicht noch irgendwo hier in der kiste sein einfach nur vielleicht auch Spinnen töten und vielleicht vor dem haus der äh Dings von den Reihenhäusern können vielleicht auch welche sein wie sieht es hier aus hier sind ok ein paar Pfeile kann ich auch nicht ich kann auch nicht schaden noch ein paar Pfeile noch ein paar Pfeile aber da wird keine einzige Spinde getötet und zehn Dramaten sind hier noch drin äh ganz viel Glas ich habe immer mal ein bisschen was gesnackt bekommt mit David eh nicht mit weiß eigentlich gerade mit David ich habe gefühlt er ist nicht da weiß auch nicht warum ok äh da zwei Pfeile mal ist der da mal ist der nicht da ein Pfeile für Leo Mystery ok nochmal vier Pfeile der Weg hat sich gelohnt vier Pfeile wow 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 oh mein oh ich bin fast die Treibauer da gefallen das hätte schlimm ausgehen können ok weil das brauchen wir eigentlich noch wir müssen dann aus allen oh nein wir müssen aus den ganzen Pferden Bögen machen oh ist das nervig wenn ich da überall Bögen rum fliegen boah 100 Bögen ne 120 Bögen oder so zu haben boah ist das nervig ich kann dir ein paar Bögen geben die ich eingesammelt habe geht das auch mit kaputten Bögen also fast äh weiß ich nicht was weiß ich noch mal eine Erfahrung das wäre eine gute Erfahrung ich glaube das habe ich schon 5 Milliarden ausprobiert und immer war die Antwort nein und ich kann es mir nicht merken sehr gut sein dass es genau so aussieht ach ich habe jetzt genau zweieinhalb Steaks oh das reicht nicht wo können Strings sein ich muss jede einzelne Kiste suchen wahrscheinlich wäre ich schon 5 mal aus dem End wieder da und nicht alle Strings zusammen aber egal hm noch mal 10 Strings irgendwo noch Kisten boah save irgendeiner Villager tauschen bestimmt gegen Strings gegen Amber Rifts oder eigentlich ist das eine ziemliche Verschwendung aber darum geht es ehrlich was für eine Art würde denn Strings gegen Strings tauschen hey kommst du wohl zurück äh okay du bist geistlicher nope nope Pfeilmacher oder oder so Schäfer oder so die wir das noch machen hey wenn du schon mal hier bist Eisenhelm Rüstungsschmied warte was ist du denn yo was ist das für eine Aua auch nichts wichtiges Pfeilmacher oh ne wow 70 Strings für einen Emerald ja ich brauche das noch andersrum ein Kartografen wir haben Kartografen wir haben Kartografen wir haben Kartografen ja geil ja man okay muss ich ja nächste Folge unbedingt mal trainen tatsächlich wichtiger als die Pferden okay Leute dann werde ich auch ganz kurz trotzdem beschissen nächstes Projekt einfach äh die Dingsfestung ja man ja die ist doch bestimmt nicht drin oder ja okay drei Stück auch keine verdammt äh oh nein ich hab einen Kartografen ja man hier werde ich ja nächste Folge nachdem ich ein paar Strings noch gesammelt habe äh suchen ob ich noch einen finde naja ob ich äh Papier finde und seine Sachen freischalten kann nichts 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 und nichts oh mein Gott weil vielleicht habe ich auch welche meiner Stikotruhe äh nichts okay hab ich noch eine Truhe mhm nein weil doch theoretisch wie ein kleineres ey wo ich jetzt überall nachgucke ne war eine Scheune nicht oben noch irgendwelche Truhen ja oh oh bei den ganzen Schallplatten drin dann die Scheune wahrscheinlich finde ich jetzt gleich einfach eine Truhe voll mit Strings einfach im Lager oder so aber schon wo könnten auch welche drin sein das war ja Davids ganz altes Zuhause mal Davids Architektenhütte Davids Lager ja hier haben wir noch eine Kiste und da ist nur Scheiße geht aber noch einen Weg nach oben hier sind alte wie viele Öfen hier sind holy shit ist hier noch Sachen drin vielleicht sind da Strings im Ofen Strings im Ofen Strings im Ofen komm schon komm schon wieso sollten Strings im Ofen sein keine Ahnung das ist für meine Hoffnung David war damals noch unerfahren hat bestimmt Strings in den Ofen gepackt nein ok nix dran hm ich glaube es gibt keine Kisten in denen ich nachgucken könnte bei Leonard war nichts da ist nichts da ist nichts ich wüsste nicht wo doch oh mein Gott ok da sind safe Strings unten in der Kirche da müssen welche sein muss so sein ich glaube sogar dass ich da müssen da müssen einfach welche sein wo geht der jetzt 20 minuten noch nicht lang genug ok David hey hey mach auf der sogenannten Strings warst du weg oh mein Gott haben wir gar nicht gemerkt ist er sicher dass du weg warst hab die Strings gefunden äh oh hier meine Kasten äh ja aber noch nicht genug ich bin auf der Suche äh oh ganz viele Pfeile aber immer noch kein Strings oh wie viele Pfeile krass ok ich hab nur noch wenn du die Kisten hier unten im Dings zu suchen dann habe ich alle durchsucht die wir haben wo Strings drin sein könnten außer dem End und da musst du mal ins End gehen weil ich hab noch eine andere Aufgabe die ich dann machen muss die wäre eine geheime Aufgabe von die Tim weiß aber ich dir danach erst sagen würde und sie ist sinnvoll kann ich jetzt schon sagen nö ich geh nicht ins End die ist sehr sinnvoll ich hab nicht ins End okay ich hab es vergessen hä echt jetzt dass du es vergessen hast dann wird es nicht mitbekommen glaube ich Lars ist mitbekommen du hast es mega gefeiert hä bist du doof hä klar also ich werde nicht ins End gehen ne gut dann äh werde ich auch nicht mit deinem Aufbau machen ok komm sag ey Tim ey Tim was ist das was ist vor gefeiert dass wir das endlich haben ach ja stimmt ja oh mein Gott ich bin mir scheißegal ich geh nicht ins End ach das ist das eine ja hier ja ja ich bin mir scheißegal ich geh nicht ins End Leute wir sind gefeiert Leute dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder tschüss und của